Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Meerschweinchen-Kanal. Das ist jetzt gerade das zweite Video und das soll ein Vorstellungsvideo werden und zwar von meiner Blossom. Blossom ist jetzt ungefähr vier Jahre alt und damit die Oma in meinem Meerschweinchen-Stall. Ich habe sie schon am allerlängsten und Blossom hat in ihrem Leben schon ganz schön was durchgemacht. Ja, die hat schon ihre Schwester verloren. Also wir hatten früher mal noch ein Meerschweinchen, das hieß Purzel und die verstanden sich halt sehr gut. Und als die Purzel dann gestorben ist, da war die Blossom ziemlich alleine und ja, ziemlich traurig. Und jetzt hat sie ja wieder neue Freunde und die Vorstellung von der Purzel und die Geschichte von den drei Meerschweinchen, die kommt auch noch. Also Blossom ist mit Abstand mein liebstes Meerschweinchen. Sie ist richtig zahm, man kann mit der alles machen, was man will. Ihr Lieblingsessen ist Apfel und ja, ihr Spitzname ist eigentlich Blossel, so nennt nämlich mein Cousin sie immer. Der kann nämlich Blossom nicht aussprechen und deswegen nennt er sie immer Blossel. Und seitdem nennt er sie auch ganz viel Blossel. Und die Kleine ist eine absolute Dick Madame, ganz schön verfressen. Sie ist ganz, ganz verfressen, ne? Sie ist verfressen. Aber ich mag sie trotzdem und deswegen ist die Spitzname auch Kartoffelecke oder Mäuschen. Kartoffelecke oder Mäuschen. Sie ist eine ganz, ganz liebe. Aber sie mag den Nemo eigentlich auch ganz gern. Aber der geht ihr nämlich manchmal ein bisschen auf die Nerven. Der geht ihr auf die Nerven, kleine Maus. Aber sie ist eine ganz, ganz liebe. Und das Vorstellungsvideo zu meinen anderen beiden Meerschweinchen, das kommt bestimmt morgen. Oder vielleicht noch heute, ich weiß es nicht genau. Ich muss mal gucken, ob ich das mit der Zeit noch hinkriege. Okay. 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 Ich weiß es nicht genau.